moin zusammen ich bin's wieder der harm und es geht wieder los ich habe jetzt so eine Entzugsentscheidung gehabt ich spiele jetzt wieder ls ich hatte ja jetzt die letzten tage wenig zeit zu spielen sonst spiele ich ja immer auch noch zwischen den verschiedenen aufzeichnungen die ich mache aber ich habe jetzt seit der letzten aufzeichnung nicht mehr gespielt und jetzt halt ich hatte vergessen ich wollte eigentlich noch den verkehr aktivieren ach das machen brauchen wir so was habe ich vor erstmal ja erst einmal werde ich die helfer hier alle wieder zugange bringen dann auf besonderen wunsch von euch man hat mich verpflichtet für meine kollegen hier neue mähdrescher anzuschaffen was ich mit dem kleinen hüppel solche riesenfelder doch das kann nicht angehen stopp nein das wollte ich nicht ich wollte nicht fahren ich wollte erst mal eine vorhandenen kurs laden wo habe ich sie denn hier für dichtenhof silo 1 da muss ich habe schon wieder alles vergessen so dann musst du jetzt freiwillig los machst du das so ihr genau nee was hatte ich gesagt erst mal gucken ob es auch richtig macht was ich aber glaube dass das macht ja ich wollte ja es unsere helfer hier wieder zugange bringen und ja er läuft und dann möchte ich neue mähdrescher kaufen weil ihr das ja so gewollt habt und dann möchte ich noch ein größeres gebäude bauen ich habe eine mod vorstellung gesehen die tage und die fand ich so genial dass wir ein feines spielzeug und das wenn wir im laufe der staffel mal gucken so wie es mit der zeit hinkommt werde ich das installieren so jetzt will ich aber erst mal ich wollte ja jetzt der lade mein ladewagen der ist es so wie ist das der wo ist das der das ist mein ladewagen genau den wollten wir auch hier im wieder zwei kombinierte kuse oder sollst du noch weißt du das noch da bin ich ja gespannt ob der das noch weiß aber ich glaube ja dass er das der weiß das macht und der kollege hat ja noch gut zu tun ja hier ist die ecke wo ich damals das erste mal war min eingepennt das macht wirklich spaß an und bei der arbeit zu gucken ja dann gehen wir mal weiter wie können wir dann noch wieder zugang helfen was ist da mit ihm an an die der ist unwichtig wie das das ist ja hier kaufen wir neun wo ich auf fünf genau der kollege ist voll oder kann ich hier gleich aufsteigen so ich wollte gerade schon sagen so ja das ist ja komisch das wollte ich hier absteigen und zu meinem helfer laufen erst mal lasse ich ihn hier so weit um ihn aber vielleicht lasse ich den hier sowieso so weit um ihn den neuen miedrescher den können wir nachher ja noch auf anderen felder einsetzen also hier mal gucken kein kurs geladen hier gibt es aber auch ein kurs die nicht gerne hätte hallo so wir sind ja auch feld 92 getreide abfahren so getreide abfahren dahin und abfahre einste wo wir zu jetzt sind wohin alter na der hat aber eigentlich na was macht er jetzt na ja wenn das denn so macht aber ich habe sowieso was vergessen die röscher suche die röscher dröscher nur holland genau ob das jetzt so rei müssen wir mal drauf achten so dann gibt es weiter was da wo haben wir denn noch was was ist da die sehmaschine genau da mag ich jetzt gar nicht mit anfangen das kann ja nur noch eiter werden hier ich glaube den nein macht mal den blick aus haben so ist richtig so eingeschaltet habe ich noch nicht ich lasse ihn jetzt mal im kreis arbeiten hier starb zurück habe ja jetzt rufen runter das möchte ich nicht mit dem kreis so der mal gibt mal gas ich hoffe ihr das seht ihr das auf anhieb was ich mir jetzt noch gedacht habe hier ich habe ja auf dem anderen feld noch diesen gruppen stehen dass ich den grubber verkauf und die dieses ist ja so ein kombinierter der macht ja alles zusammen und johne dann höchst interessant was du jetzt machst hier höchst interessant was du jetzt machst hier also oder auch nicht mir ist unheimlich und gut dass hier kein graben ist aber es läuft sehr schön die haben wir auch am arbeiten welcher ist das denn ist der das hier sind die ballen die ich nachher abfahren möchte und er hat hier zu ende gegrubbert ist das richtig dass mich jemand absteigen und mal gucken nee er hat hier nicht zu ende gegrubbert aber das hier mache ich anders ich will nämlich diesen grubber hier verkaufen und davor hole ich mir auch eine sehmaschine blinker geht nicht an aber er kann hier ja zu ende arbeiten ich würde genau ich würde es mal sagen wir lassen hier zu ende bei den grubber muss ich auch behalten es wird ja nachher andere felder geben wohl so und hier mache ich das denn nämlich auch im kreis 5 im kreis immer in position bringen hier so auch tu dein bestes mal gucken wie du es hinkriegt ach moment warte mal warte mal warte mal stopp 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 ich glaube ich habe was gelernt ich glaube man hat mir letztes mal öfters das erzählen jetzt bin ich ja mal gespannt man hat mir nämlich erzählt dass das die falsche richtung war das will ich dann jetzt mal wissen was er jetzt macht ja aber ich muss schluss machen meine zeit ist wieder krumm und wenn ihr euch wieder fragt was macht haben was macht haben was nichts ist oder was hat das gerade wieder gemacht ja jetzt schaut doch den nächsten teil an wenn ich wieder ls spiele bis dann link eben boom 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 boot een